Jo, bei mir ist der Vater von der Linda, der Peter, hier die Tochter 18 Jahre, der ist der Vater doch mächtig stolz. Ja, das ist natürlich, das habe ich fast geschafft. Ich habe fast gearbeitet und da sowas gut ist gewonnen. Hübsche Tochter, kann gut singen, also optimal, oder? Mehr kann sie nicht wünschen. Was wünschst du dir, Herr Tochter, jetzt zum 18? Ja, dass sie endlich vernünftiger wird und jetzt braucht sie mich nicht mehr zu fragen, was sie macht. Ich wünsche ihr einfach, jetzt weiter sich zu entwickeln, ja klar. Was wünscht ein Vater, seine Tochter. Jetzt darfst du endlich machen, was sie will, Autofahren und so weiter. Ist ja super, oder? Das ist super. Muss man nur langsamer fahren. Wir machen die Grußbox, jetzt darfst du noch grüßen, wer möchtest du grüßen? Meine Tochter möchte ich grüßen, niemand mehr. Okay, danke. Tschüss. Amen.